Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Heyday. Heute haben wir die Belohnung von Farmpass Season 33 am Start. Farmpass ist abgeschlossen und wir sammeln heute alles ein. Wir werden sehr wahrscheinlich level up auf Level 289 und kommen unserem Ziel Level 300 immer und immer näher. Ist ja unser Abschlussziel für dieses Jahr, Level 300 zu werden. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich schon sehr darauf, es endlich geschafft zu haben. Ja, morgen kommt dann die Farmpass-Vorschau, also was kommt in Farmpass 34, also im nächsten Farmpass-September-Farmpass. Deswegen freut euch drauf, morgen 14 Uhr und in drei Tagen sollte das Video kommen, der Farmpass-Vergleich. Ich weiß nicht, ob ich ganz, ob ich es schaffe, also in drei oder in vier Tagen auf jeden Fall kommt dann der Farmpass-Vergleich. Was hat sich verändert zu Farmpass Season 33 zu 34? Und jetzt starten wir mit den Ergebnissen. Nämlich haben wir Glücksrad, dann 23.000 Münzen, fünf Markierungsfehle, Produktionsgebäudeschub, dann, also was ist Schub, also zwei weitere Plätze, fünfmal den Sandweg, Schiffhilfe, nochmal fünfmal den Sandweg, Klopapier, zwei Küken-Gutscheine, Produktionsplätze bei, also zwei Plätze bei drei Gebäuden, 130.000 XP, Puzzleteil, LKW-Hilfe, zwei Holzhämmer, Derby-Aufgabe reaktivieren, Stadthilfe, ein Fünf-Sterne-Münzschub, 140.000 Münzen, 35.000 Münzen, weiteren Schub aktivieren, Talrad drehen, die exklusive Hut-Dekoration für dieses Season, die Hummer-Du-Schaube, dann ein Puzzleteil, Schiffhilfe, Stadthilfe, zwei Markierungsfehle, anpassbare Dekoration, die keiner mehr braucht, aber die Gartendekoration, dann nochmal zwei Produktionsplätze bei drei möglichen Maschinen, Klopapier, nochmal Klopapier, Rosie-Schub, zwei Kartenteile, Gemeinschaftsbitte, also einmal weiter erbitten, LKW-Hilfe, 270.000 XP, und wir sind kurz davor Level abzuwerden, NS-Schub, dann ein Fünf-Sterne-XP-Schub, fünf Landurkunden, dann haben wir hier wieder zwei Plätze bei drei Maschinen, Küken-Gutschein, hier die Sand- oder die Strand-Dekoration mit den beiden, mit der Ente und mit dem Schwein, auch richtig cool, dann haben wir hier noch eine Diamantkiste, Diamanten für alle, an die Gemeinschaft, dann hier das Surfbrett, wo es repariert wird, oder lackiert wird, je nachdem, und dann hier noch die, ja, Küken-Statue, wo sie irgendwie so ein, was auch immer, Viech gefunden haben, ein erwachsenes Küken, oder was auch immer das sein soll, aber auf jeden Fall, coole Dekoration, und dann haben wir hier die Hauptbelohnung, Tom, fünf Sterne, 550.000 XP, und damit werden wir Level ab, ohne überhaupt die Hauptbelohnung abgeholt zu haben, und wir kriegen ein Feld und 20 Diamanten und sind Level 289, also ich finde es echt mega, einfach nur mega, und jetzt nochmal on top, 93.000 Münzen, zwei Klopapier und 1,1 Millionen XP, richtig, richtig heftig. Checkt auf jeden Fall mal die Farmpass-Playlist aus und guckt euch mal die alten Farmpässe an, was es da für krasse Belohnungen gab, also das hier ist immer noch richtig gut, Farmpass die beste Geldinvestition, wenn man in Haydee Geld reinstecken will, also wenn ihr überlegt, in Haydee zu investieren, dann gönnt euch den Farmpass, und wenn ihr euch den neuen gönnt, dann denkt an den Creator-Code, hier mal ganz gerne eingeben, so Römer B, danke Ihnen, dass es macht, danke für die Unterstützung, lasst einen Daumen nach oben, dann Abo, würde mich sehr freuen, bis zum nächsten Mal, haut rein, tschaui. Danke. Danke.